Musik In dieser Weise möchte ich natürlich ganz offiziell den Weihnachtsmarkt hier, den Neumarkt für 2014 hier ganz offiziell eröffnen. Wenn die grauen Nebel wallen, wenn kürzer wird die Tageszeit, dann naht zur Freude von uns allen die lang ersehnte Weihnachtszeit. Vor allem ist es ein Fest der Kinder, drum grüße ich Sie als Erste heute. Doch es gilt mein Gruß nicht minder, herzlich euch erwachsenen Leute. Vier Wochen sind es noch bis zum großen Jubel, doch für die meisten ist die Zeit erfüllt von Einkaufsstress und Trubel und hektischer Geschäftigkeit. Sucht ihr im Hasten, Rennen, Eilen, ein bisschen Rast, ein bisschen Ruh, dann lenkt den Schritt doch zum Verweilen hier diesem Weihnachtsmarkt dazu. Neumarkt ist eine alte Stadt des Handels, doch wie der Name ja besagt, ist es auch eine Stadt des Wandels, die den Schritt zum Neuen wagt. Höher schlagen alle Herzen, denn Bürgerfleiß und Bürgerstolz schufen hier im Glanz der Kerzen eine eigene, kleine Stadt aus Holz. Man pflegt die alten Traditionen, bewahrt stets die Erinnerung. Doch sind die Leute, die hier wohnen, auch voller Kraft und voller Schwung. Als Sinnbild wollen wir diesen Markt drum sehen, der alt ist und zugleich doch jung. Er möge hier so lange stehen, wie es Neumarkt gibt und die Erinnerung. In diesem Sinne lädt das Christkind ein und jeder soll zu seinem Markt willkommen sein. Bravo, 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 bravo. Applaus Applaus